Ja, ich war viermal bei dir, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ein Wahnsinn. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich mindestens 10, 15 Sitzungen brauche, dass ich dieses große Thema auflösen kann. Aber mit deiner Feinfühligkeit haben wir das wirklich in vier Sitzungen geschafft und so gut geschafft, dass ich jetzt für mich sagen kann, ich fühle mich so gut, ich bin eigentlich wie ein neuer Mensch. Also es hat mich in meinem Alltag wirklich so nach vorn gebracht, dass ich einfach über gewisse Dinge nicht mehr so nachdenke. Und es war so ein fließender Übergang. Ich habe mir gedacht, ich muss da jetzt daran denken und mich bemühen, dass ich da jetzt was ändere. Aber du hast in mir was ausgelöst bzw. losgelöst, kann man besser sagen, dass das jetzt wirklich von allein geht. Und immer wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir schau, eigentlich hätte ich mir früher über das Gedanken gemacht oder habe das ganz anders gesehen. Und das hat sich jetzt wirklich von allein gelöst. Und das ist einfach wieder ein Lebensgefühl, das was ich vorher nicht gehabt habe. Also so, dass ich jetzt sage, ich kann jetzt wieder von vorn anfangen und ich kann gut leben. Ich stehe auf und bin gut aufgelegt und denke jetzt nicht in den Alltag hinein. Hoffentlich kommt heute nicht schon wieder was. Also das hast du wirklich mit deiner Energie geschafft, dass ich da jetzt wirklich wieder richtig den Tag genießen kann bzw. den Alltag genießen kann und das wirklich alles so richtig fließen lassen kann.